Und da ist der Ball wieder weg. Ganz wichtig, dass sie da zur Stelle sind. Auf dem Flügel ist jetzt Platz. Rafael Guerreiro. Da ist die Chance für die Flanke. Er sucht... Rafael Guerreiro! Irgendwann, Buschi, irgendwann musste dieses Tor einfach fallen. Oder anders formuliert, es war nur eine Frage der Zeit. Herrlicher Alleingang. Ja, sowas sieht man nicht allzu häufig. Keiner kann ihn stoppen. Und am Ende hat er dann sogar jede Menge Zeit und macht ein super Tor.